Der braucht jetzt einen stabilen, ordentlichen Sprung, bei dem vor allem nichts passiert. Dann hat Deutschland eine Medaille. Jetzt muss er ein bisschen warten, weil jetzt ist der Wind außerhalb von Koldegas so festgelegt. Aber er ist wieder drinnen. Und geht schon dahin. Er ist gut, er ist sogar sehr gut. Jawohl! Nein, nein, nein! Der Stürz, das gibt's ja nicht! Ich selber ihn freut, nach einem super Satz gestürzt. Bei 105,5 Metern und das mit einer sauberen Landung, das wäre die Medaille gewesen. Aber mit dem Sturz... Scheibe. Schade, da jetzt alles verspielt. Es ist vorbei. Alles verloren. Jetzt weiß ich nicht, ich soll die Bindung aufkommen, was war jetzt da? Genau. Er kippt nach rechts, er kippt nach rechts und die Bindung ist offen. Es ist auch der Unterschied, ich glaube nicht, dass der beim Aufsprung hat einen Impuls bekommen. Schau, hat sich schon gefreut, der Werner Schuss, der hat sich schon gefreut. Nein, schade. Die Ursache war, ich sage dir, das ist das Drehteiler. Die Bindung hat ausgelöst und hat da leider Gottes, ich kann sagen, danke zu dem. Ja, aber es reicht, es reicht auch mit dem Sturz, reicht's, wie es ausschaut. Tag, schade, aus.